Jo Leute, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und heute geht es um die finale Mission von der Tentina, denn hierfür gibt es ja jetzt die zwei Stile, das heißt einmal hier den Shadow Steel und den Ghost Steel, den wir jetzt auswählen können und dafür müssen wir natürlich auch die ganzen Aufgaben abschließen und dann gibt es natürlich auch die finale Mission und diese lautet diesmal Zerstöre Ghost oder Shadow Übergabekästen mit Explosionswaffen. Ich zeige euch heute auf jeden Fall genau was damit gemeint ist und daher würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Wir gehen direkt wieder ins Hauptmenü und dann zeige ich euch wie das Ganze funktioniert mal in einer Solorunde. Und zwar sind mit den Übergabekästen auch diese Kästen gemeint, wo wir letzte Woche die Sicherheitspläne reinschmeißen mussten und diese Kästen gibt es überall verteilt. Ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal hier in Holly, wo es diese Kästen gibt und sehr wichtig ist auch zu beachten, dass ihr die richtigen Kästen zerstört, denn wenn ihr jetzt Ghost genommen habt, müsst ihr Shadow Kästen zerstören und wenn ihr Shadow genommen habt, müsst ihr Ghost Kästen zerstören, das ist eigentlich sehr logisch. Hier zum Beispiel steht ein Ghost Kasten, wäre auf der Karte genau hier und den müssten wir jetzt mit Explosionswaffen zerstören. Das heißt Granaten, Raketenwerfer, Näherungsminen oder Fernsehladungen wie hier, die nehme ich mal direkt und die müssen wir jetzt einfach nur hier dran schmeißen und dann hochgehen lassen und dann würde die auf jeden Fall kaputt gehen. Das Ganze geht natürlich nur mit dem Tentina Skin, dann geht die hier kaputt und dann habt ihr eigentlich auch schon den Skin freigeschaltet. Aber auch für das Team Shadow gibt es hier in Holly noch einen weiteren Kasten und zwar genau diesen hier, das ist ebenfalls ein Übergabekasten und auch diesen müsstet ihr mit Explosionswaffen zerstören. Auf der Karte wäre dieser Kasten dann genau hier an der Stelle. Ich zeige euch jetzt auch noch zwei weitere Kästen in Craigie Cliffs. Hier zum Beispiel gibt es in Craigie einen Ghost Kasten, den müsstet ihr also hier zerstören, wenn ihr das Team Shadow genommen habt, wäre auf der Karte dann auf jeden Fall genau hier. Und hier gibt es einen Shadow Übergabekasten, den müsstet ihr dann als Ghost zerstören, wäre dann auf der Karte genau hier. Und als dritten Ort zeige ich euch jetzt noch in Frenzy Farm weitere zwei Kästen. Und zwar gibt es hier noch einen weiteren Shadow Übergabekasten, den müsstet ihr dann als Ghost zerstören, wäre auf der Karte genau hier. Und einen Ghost Übergabekasten, den ihr als Shadow zerstören müsstet, wäre auf der Karte hier. Zeige ich nochmal ganz schnell, genau da. Ich denke die Orte sollten dann erstmal reichen. In jedem normalen benannten Ort gibt es nämlich mehrere Übergabekasten, einmal für Ghost und für Shadow. Und wie gesagt, ihr müsst als Shadow die Übergabekasten von Ghost zerstören und von Ghost müsstet die Übergabekasten von Shadow zerstören. Ist eigentlich ganz einfach. Ich hoffe euch hat es weitergeholfen, wenn ja, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. 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 Ciao.